Moin und willkommen zu dieser Videoreihe. Heute zeige ich euch, wie ihr EZELS installiert und vollständig konfiguriert. In dieser Videoreihe geht es um das ganze Thema EZELS. Ich habe mit CoolLogic Development ein bisschen geredet und da würde ich mich auch wirklich herzlich bedanken, dass ich diese Videos hier jetzt drehen darf, dass sie mir dieses Script zur Verfügung gestellt haben, dass ich das Ganze jetzt hier verfilmen kann und so weiter und so fort. Heute in diesem ersten Video geht es darum, wie ihr EZELS installiert und fürs erste, fürs Grundliegende einrichtet. In den weiteren Videos gibt es dann noch ein paar Vertiefungen, zum Beispiel über die XML. Da werde ich einmal auf die XML eher eingehen. Dann werde ich einmal auf das UI-Panel eingehen in einem extra Video, also wie ihr UI-Panels einstellt, einbindet und wie das alles funktioniert. Und zum letzten werde ich noch ein kleines Video machen zum Lightning, so ein paar extra Einstellungen und so weiter und so fort. Also insgesamt wird es geplante vier Videos geben. Vielleicht entscheide ich mich nochmal spontan um und mache die zwei letzten Themen in einem Video, aber das werdet ihr schon sehen. Genau, wie auch geschrieben, werde ich die Videos an einem 3-Tages-Rhythmus hochladen. Ich versuche es zumindest. Ich habe zeitlich leider nicht so viel Zeit, aber es sollte eigentlich wirklich alles hinhauen. Dann wollen wir sofort starten mit dem Video. Das erste, was wir machen, ist das Skript kaufen. Also klar, wenn ihr es euch noch nicht gekauft habt, bringt euch diese Videoreihe nicht so viel. Aber das ist natürlich logisch, dass ihr euch dieses Skript erst kauft. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch alles in Ruhe ansehen. Ihr seht da nochmal eine genaue Beschreibung und so weiter und so fort. Wenn ihr euch das Ganze dann gekauft habt, geht ihr in euer Keymasters. Auch das ist unten alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar ist das so eine Seite hier, wie ihr das jetzt sehen könnt. Und zwar loggt ihr euch da erstmal mit eurem 5M-Account ein. Wenn ihr euch eingeloggt habt, solltet ihr eigentlich schon einen Key hinterlegt haben, auf dem der Server läuft. Darauf gehe ich jetzt heute auch nicht ein. Es geht jetzt halt nur darum, wie man es installiert. Falls ich da nochmal drauf eingehen soll, wie ihr da Keys bzw. License Keys für eure Server hinzufügt und so, kann ich das gerne nochmal in einem separaten Video machen. Aber hier in dieser Reihe geht es halt nur grundsätzlich um das EZLS. Wenn ihr da euch eingeloggt habt, gibt es hier einen Reiter namens Granted Assists. Dort könnt ihr draufklicken und dann seht ihr alle gekauften Skripts. Wie ihr seht, habe ich jetzt halt nur das EZLS drin. Ich habe sonst nichts anderes gerade auf meinem Account. Damit wir es benutzen können, müsst ihr hier einmal das Script downloaden. Habe ich schon gemacht, brauche ich nicht nochmal machen. Informativ, hier auf diesem Knopf runter könnt ihr das zu einem anderen Account transferieren lassen, das Script. Aber es geht auch wirklich nur einmalig. Einmal und dann nie wieder. Wenn ihr euch das Script gedownloadet habt, solltet ihr eine ZIP-Datei bekommen haben, die dann so aussieht. Also das ist das EZLS.pack, sollte es eigentlich heißen. Wenn es anders heißt, dann ist das nicht schlimm. So heißt es jetzt bei mir. Da klickt ihr einmal auf das EZLS drauf und dann habt ihr schon die ganzen Scripts da drin. Hier ist es eigentlich Drag & Drop wie jedes andere Script auch. Einfach dieses Script in euren FTP-Browser reinziehen und das war es dann schon. Installieren ist eigentlich einfach wie jedes andere Script auch. Ihr braucht dann nichts weiteres machen. So, wenn ihr das Script dann drin habt, könnt ihr eigentlich schon mal auf den Ordner klicken und dann schon auf die Config.lua gehen. Darauf werde ich auch nur ganz kurz eingehen. Alles weitere werde ich dann in anderen Videos machen. Hier sind erstmal die grundlegendsten Dinge. Play Button Sound heißt einfach, wenn ihr das Blaulicht anschaltet mit Q oder wenn ihr die Sirene anschaltet, dann macht es auch so ein kleines Piep. Dann piept das so ganz kurz. Dann das zweite Short, IA Cast Move. Das ist, wie es hier unten auch steht, wenn ihr Blaulicht habt, dann gehen die zur Seite. Dann machen sie euch Platz. Das kann man jeweils ein- oder ausschalten. Voll ist es natürlich, das eingeschaltet zu lassen. Ist aber jedem selbst überlassen. Settings.debug, wie der Name schon sagt, ist Debug. Braucht man in der Regel nicht. Das ist, man sieht halt nur ein paar extra Informationen, aber das ist jetzt eigentlich nicht nötig für ein normaler Gebraucher. Settings.wm Siren, das ist ziemlich nützlich, falls ihr einen deutschen Server habt oder Custom Serien drauf habt. EZLS unterstützt natürlich auch WM Server Sirens. Ihr braucht natürlich das Extrascript WM Server Sirens. Das ist nicht mit dabei, aber dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und da werde ich in dieser Videoreihe auch noch nicht so viel drauf eingehen, auf dieses WM Server Sirens. Settings.lightning komme ich dann in einem der letzten Videos nochmal zu. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Werde ich dann später behandeln. Settings.UI Panel werde ich auch später nochmal irgendwann behandeln. Also das kommt dann auch in eines der folgenden Videos. Settings.input, das ist, wie der Name schon sagt und wie ihr sehen könnt, das ist für die Tastaturbelegung. Hier könnt ihr einstellen, welcher Key jetzt für was sein soll. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht Q drücken wollt, um das Blausicht einzuschalten, könnt ihr den hier jeweils ändern. Wichtig ist, dass ihr nicht den Buchstaben eingibt, sondern die Zahl. Die Zahlen findet ihr bei den Documents von 5M. Diesen Link kann ich auch gerne nochmal unten verlinken. Das ist nicht nur für das Script empfehlenswert, sondern auch für komplett oder ganz viele andere Sachen. Wenn ihr andere Scripts habt und ihr möchtet die Tastaturbelegung im Script ändern, dann ist diese Dokumentation wirklich sehr hilfreich. Also auch das werde ich unten in der Videobeschreibung alles verlinken. Und das letzte, Settings.colors, das ist eigentlich nur das, wie sich die Farbe ändert, wenn ihr jetzt jeweils das UI Panel aktiviert habt und dann eben das Blausicht einschaltet und so weiter. Das ist einfach was Nebensächliches. Werde ich auch nochmal in einem späteren Video behandeln. Aber das war jetzt auch erstmal hier das Grundlegendste. Und jetzt kann es eigentlich zur Fahrzeugkonfiguration weitergehen. Jetzt werde ich euch erstmal nur zeigen, wie ihr das Fahrzeug hinzufügen könnt, dass das auch reibungslos in 5M funktioniert. Und im nächsten Video werde ich dann, wie gesagt, auf die XML-Datei genau eingehen. So, dann kommen wir jetzt mal zu dem Autos einfügen. Und zwar ist es wichtig, dass ihr Add-on-Fahrzeuge nutzt. Das bitte ich euch. Mit Replace habe ich selbst in den letzten zwei Tagen, wo ich ein bisschen rumexperimentiert habe mit dem Script, um mich damit ein bisschen einzufinden, habe ich auch gemerkt, mit Replace-Fahrzeugen geht das nicht wirklich, wenn überhaupt. Bitte nutzt Add-on-Fahrzeuge. Das lege ich euch ans Herz. Falls es bei euch bei Replace-Fahrzeugen funktioniert, dann ist es so. Dann weiß ich nicht, woran es bei mir gelegen hat. Aber bei mir hat es bis jetzt noch nicht bei Replace-Fahrzeugen funktioniert, sondern nur bei Add-on. Und zwar habe ich jetzt einfach mal ein Towtruck auf dem 5M-Server gezogen. Falls ihr diese Konfiguration habt, müsst ihr hieran sehr viel ändern, damit das geht. Genau, in der Stream-Ordner sind natürlich die Dateien drin, auch unsere XML. Das erste, was ihr machen müsst, damit dieses Fahrzeug mit ELS funktioniert, ist, zwei weitere Ordner erstellen. Und zwar erstellt ihr erstmal zwei neue Ordner. Den einen nennt ihr Common, also mit 2M Common, und den anderen nennt ihr ELS. Als nächstes können wir schon damit beginnen, unsere Meta-Dateien alle in den Common-Ordner zu packen und in der Stream-Datei die XML in den ELS-Ordner. So, dass es dann schon mal so aussieht. Das heißt, im Stream-Ordner habt ihr dann die Fahrzeug-Dateien drin und in dem ELS-Ordner die XML-Datei und in dem Common-Ordner die Meta-Dateien. Wichtig ist, dass im Stream-Ordner die Fahrzeug-Dateien 1 zu 1 gleich heißen wie die XML. Sie soll wirklich gleich heißen, das muss so sein. Da das jetzt derzeit noch ein Replace-Fahrzeug ist, machen wir es einfach zu einem Add-on-Fahrzeug, indem wir hier einfach auf den Stream-Ordner gehen, benennen den hier einfach um von TowTruck zu Falke. Benennen wir jetzt einfach mal um zu Falke. Das machen wir jetzt hier überall, TowTruck zu Falke, dieses unterstrich high und so muss bestehen bleiben, sonst funktioniert das Fahrzeug nachher nicht. Also benennen wir einfach mal alles um zu Falke, auch die ELS, also die XML-Datei, benennen wir zu Falke.xml und in den Common, also in den Vehicles-Meters und so weiter, benennen wir das Ganze um zu Falke, Falke und hier auch Falke. Jetzt ist es schon ein Add-on-Auto, das heißt, GTA erkennt das als externes Auto, was nicht von GTA-Standard drin ist und somit replaced er das schon gar nicht mehr und dann sollte es jetzt auch mit ELS funktionieren, wenn es fertig eingerichtet ist. Denn eine Sache müssen wir noch machen und zwar ist die Resource-Lua. Wir müssen da noch ein paar Bedingungen modifizieren. Falls ihr noch eine alte Resource-Lua habt, also unterstrich unterstrich resource.lua, müsst ihr das ändern auf die FX-Manifest. Das ist die neuere Version, also FX-Manifest schreiben wir da rein und dann bearbeiten wir die Datei auch nochmal. Und zwar eine FX-Manifest erfordert zwei zusätzliche Dinge, die eine Resource-Lua nicht erfordert hat. Und zwar gibt es hier auch bei den Dokumentationen von 5M eine Manifest-File-Vorlage, wie sowas aussehen kann. Und zwar benötigt die FX-Manifest zwei zusätzliche Parameter, die wir hier finden. Einmal die FX-Version und das Game. Diese beiden kopieren wir uns jetzt einfach raus und schreiben das hier drunter. Dann haben wir hier unsere Files, Data-Files, das bleibt alles und Clientscript, das ist in dem Fall nicht nötig, weil wir das nicht haben. So wie das hier eigentlich auch nicht. Also normalerweise sieht eure FX-Manifest bzw. Resource-Lua so aus. Vielleicht auch mit der Handling drin, aber das ist jetzt erstmal egal. Das nächste, was wir machen, um das kompatibel zu machen, schreiben wir rein ist unterstrich ELS und dann auf True. Und da wir verschiedene Ordner noch erstellt haben, müssen wir die Dateien jetzt richtig verlinken. Das heißt, wenn wir die jetzt so speichern würden, dann würde der die Meta-Dateien nicht finden. Damit er die findet, müssen wir die jetzt hier noch jeweils hinterlegen. Das heißt, wir schreiben vor, zwischen den Klammern, wo ich jetzt bin, kommen hin, also kommen und dann Slash. Und das jeweils überall hier, hier und hier unten auch, damit er die Dateien richtig findet. Zusätzlich dazu müssen wir jetzt noch die ELS-Datei findbar machen, sage ich jetzt einfach mal. Dazu drücken wir Enter und fügen hier auch den Parameter ELS, Slash und dann den Namen von Fahrzeug. Das heißt, in dem Fallke und dann .xml, sodass es dann nachher so aussieht. Dass er alle Dateien finden kann. Die Fahrzeugdateien, die braucht man hier nicht verlinken. Dann speichern wir das Ganze mal ab. Bei mir lädt er das jetzt schon automatisch hoch. Und dann haben wir soweit eigentlich alles fertig. Dann werden wir jetzt mal in-game gehen. So, IC angekommen. Habe ich schon mal das Fahrzeug gespawnt. Wenn wir reingehen, sehen wir dann auch direkt, wenn wir Q drücken, dass wir so ein Piepen haben, wenn wir unser Blaulicht anschalten. Oder unser Gelblicht. Also, ihr hört ja dieses Piepen. Hier dieses... Das ist eben auch dieses Piepen, was man in der Config ausschalten konnte. Und anhand dessen, wenn ihr jetzt Q drückt und das Radio öffnet sich, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Dann geht das nicht. Wenn sich das Radio nicht öffnet und ihr das Blaulicht anschaltet, dann ist alles richtig. Das heißt, mit Q könnt ihr das machen. Die Tasten 1, 2, 3 funktionieren jetzt nicht, weil die XML-Datei das gerade nicht zulässt, dass ich da die Töne abspiele. Beziehungsweise, es kann sein, dass ich das noch nicht konfiguriert habe wegen den deutschen Sirenen. Wenn wir dann U drücken, sehen wir, dass sich dann hinten noch dieses Extra-Licht anschaltet. Also, ich kann Q kurz ausmachen. Dann sehen wir hinten, dass sich das noch anschaltet. Wenn ich Zurück-Taste drücke, dann sehen wir auch, dass sich hier was tut. Also, es hat alles an Funktionen. Es tut alles, was es machen soll. Wir sehen zwar noch, dass die Farbe, diese Reflektion, dieses Blau ist. Wie wir das wegbekommen, werde ich dann aber dann im nächsten Video zeigen. Alles mit der XML, weil das meiste müssen wir in der XML-Datei einstellen. Das war es soweit von dem Einstieg, wie konfiguriere und installiere ich EZELS. Alles weitere wird dann im nächsten Video zeigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nochmal vielen, vielen Dank an Coolagic Development und dann bis zum nächsten Video. Ciao.